Für mich ist die Bildungsarbeit, die UNESCO-Richtlinien vorschreiben, der eigentliche Sinn von UNESCO-Weltnaturerbeschätten. Nicht, dass ein schöner Baum erhalten wird. Das ist wunderbar, wenn der erhalten wird und gehört dazu. Aber das Grundanliegen ist, dass die Menschheit nicht die natürliche Grundlage des Lebens auf dieser Erde vernichtet. Wenn dieser globale Gedanke darüber kommt, neben dem konkreten Erlebnis hier im Wald, und die verstehen, dass es noch viele andere Welterbestätten gibt, die diese Besonderheit deutlich machen, diese Kostbarkeit deutlich machen, dann hätten wir, glaube ich, was erreicht, auch mit unserem Projekt und dieser Woche. Dann gehen wir mal rein, ziehen wir mal rein. Jetzt könnt ihr die verschiedenen Richtungen sehen und natürlich da drüben, wo das Feld endet und der Hügel ein bisschen anschneidet. Das ist also der Beginn vom Krumsien. Das Ziel dieser Welterbe-Bildungswoche ist es, den Jugendlichen hier aus der Region das Weltnaturerbe für ihre Haustür sozusagen zugänglich und erlebbar zu machen. Wenn wir heute gesehen haben, obwohl es so nah ist, kennen viele das eigentlich gar nicht. Zehn Jahre Weltnaturerbe Krumsien, das feiern wir in diesem Jahr und deswegen nehmen wir dieses Jahr insbesondere zum Anlass, um nochmal verschiedene Formate, Ideen, auch gerade in Bezug auf Bildungsarbeit zum Krumsien, auszuprobieren und dann zu gucken, was hat sich bewährt, was hat sich vielleicht weniger bewährt und was davon möchten wir dann verstetigen und einfach auch zukünftig regelmäßig dann anbieten. Wenn man keinen persönlichen Bezug dazu hat, sozusagen, dann ist, und das ist sehr menschlich, das Interesse meistens sehr gering daran. Und so hoffe ich, dass wir hier Interesse wecken können, indem wir den Jugendlichen das Erleben ermöglichen. Und ich war sehr erfreut über das Zuhören der Jugendlichen gerade und könnte mir vorstellen, dass wir eins dieser x vielen Puzzleteilchen, die ja neben mir noch tausend andere Menschen machen, heute setzen konnten. Wir sind auf allen möglichen Wegen unterwegs gewesen. Wir sind zu Fuß unterwegs gewesen, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Eigentlich stand diese ganze Woche unter dem Motto Biosphärenreservat Mensch und Natur. Das heißt, wir haben uns den Buchenwald angeschaut, aber unter dem Aspekt, wer lebt und arbeitet dort. Und das Ganze hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns auch in Diskussionen begeben haben. Was bedeutet es eigentlich, aus Wirtschaftsperspektive auf diesen Grumsin zu gucken? Was denkt denn der Naturschutz dazu? Oder was denken Anwohner dazu? Wenn ich diese Reihe so angucke, dann sehe ich zumindest eine große Gemeinsamkeit. Erkennt ihr die auch? Ich bin erst vor ca. 10 Jahren hier in die Uckermark gezogen. Tatsächlich wegen eines Forschungsprojektes, was unter anderem hier im Grumsin durchgeführt wurde. Das ist ein klassischer Wirtschaftswald. Ein Wald, der jetzt schon seit über 120 Jahren nicht bewirtschaftet wurde, sieht so aus. Dieser allumfassende Eindruck ist für mich schon wichtig, wenn wir uns dann in unserem Klassenzimmer über ein Ökosystem beispielhaft unterhalten, dass man das auch wirklich mal erlebt hat. Nadabrahma, das Sprichwort aus dem Indischen, die Welt ist Klang, alles ist Klang. Das ist, was ich auch vermitteln will. Und wir klingen, wir sind Teil der Natur. Wir entscheiden mit unserem Verhalten, wie die Natur sozusagen überlebt oder aussieht, was sie für eine Zukunft hat. Genau. Einfach sich sozusagen als Teil des Ganzen zu verstehen. Das ist, glaube ich, das Ziel. Dann bin ich ja jetzt mal ganz gespannt. Dann könnt ihr ja auch schon mal präsentieren, was ihr so gemacht habt. Klingt eigentlich ganz ordentlich. Ich habe ein Psyllophon gemacht. Das macht auch Geräusche. Ja. Okay. Wollen wir mal spielen? Wollen wir mal hören, wie das alles klingt zusammen? Also am Montag fand ich das cool, dass wir da mit dem Bürgermeister auf den Kirchturm gegangen sind. Und da fand ich die Aussicht schön. Generell so den Montag fand ich cool. Wir haben am Mittwoch auch noch so ein Planspiel gemacht, wo wir uns in verschiedene Gruppen geteilt haben. Im Grumsiner Forst gibt es so eine Kernzone und die sollte erweitert werden und dadurch sollte ein Weg führen. Und darüber haben wir so diskutiert, warum das gut wäre oder warum nicht. Gerade das, was jetzt diesen Nationalplan betrifft, das fand ich interessant. Also wie viele Meinungen man da berücksichtigen muss, bis man irgendwas entscheidet. Also das Fahrradfahren hat mir am besten gefallen und das Musikinstrument selbst machen. Ich habe jetzt eine Flöte gemacht. Für die Schülerinnen und Schüler möchte ich, dass sie vielleicht nochmal an diesen Ort zurückkehren und andere mit hinnehmen und mit Begeisterung dabei sind. Ich war nach der Wende Leiter Maschientechnik der PC-K-Raffinerie. Ich bin mit, wenn man so sagt, mit Verstand, Seele und Herz ein Maschinenmann. Wenn sie hierher ziehen und einer schönen Stelle leben können, sie können sich der Natur nicht entziehen.